Die FCVM hat zuletzt fünf Mal nacheinander verloren. Eine Situation, die du sicher das eine oder andere Mal in deiner Karriere schon miterlebt hast. Wie geht man damit um? Sicher nicht eine einfache und keine schöne Situation, aber sie gehört zum Sport dazu. Wichtig ist, dass wenn man in so einer Situation ist, dass man die Situation auch annimmt. Dass jeder persönlich annimmt, dass es so ist. Dass man nicht der Vorlauf von diesen Situationen läuft, sondern dass man sich stellt. Dass man versucht, das Bestmögliche aus der schlechten Situation zu machen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, dass man die Energie braucht für das, was man beeinflussen kann. Sprich die Trainingsleistung, sprich die Leistung im nächsten Match. Zurückschauen ist gut und recht. Analysieren ist auch wichtig. Aber Energie brauchen für das, was man in den kommenden Tagen noch beeinflussen kann. Wie hast du das Spiel gegen Lossan von der Bankus erlebt? Es war eine relativ junge Mannschaft am Werk. Es war der Vorwurf, es war ein blutleeren Auftritt. Wie hast du es gesehen? Ich habe es nicht ganz so extrem schlimm gesehen. Nach dem 1-0 habe ich Verständnis, dass wenn man viermal verloren hat, dass dann die Leute auch denken, es war ein blutleeren Auftritt. Ich finde, wir sind unsicher gestartet, aber nicht unterlegen. Wir haben die erste riesen Doppelchancen mit dem Markus Neulich und dem Tomi Juric. Die ist dann leider Gottes nicht in. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, wir sind im Match, jetzt haben wir die erste Chance gehabt. Jetzt ist die kleine Nervosität auch ein wenig abgelegt. Und dann nach dem 1-0 hat man gemerkt, wie das Ganze ein wenig zusammenbricht. Dann kommen die Selbstzweifel wieder. Zuspieler sind nicht mehr ganz so genau. Es geht nicht mehr so leicht von der Hand. Was aber nichts anderes als normal ist, wenn man vor Ort eine viermal verloren hat und relativ viel Kritik hat einstecken müssen. Aber es gilt jetzt vor allem für die Jungen, aber auch für alle anderen aus diesen Situationen zu lernen. Im Fussball ist es halt leider Gottes kein Wunschkonzert, wo man immer, wenn es einem nicht so gut läuft, wünschen, dass es jetzt wieder besser läuft. Man soll sich der Situation stellen, vorwärts schauen, möglichst viel mitnehmen aus diesen negativen Erfahrungen, weil das kann im Hinblick auf die ganze Karriere noch sehr hilfreich sein. Jonas Hamlin, der eigentlich wirklich sehr starke Leistungen gezeigt hat, zuvor seine Wege zementiert, im Goal vom FC Ozen, als du früher gestanden hast. Auch er ist in der Kritik gestanden. Aber genau, aus solchen Spielen kann man eigentlich lernen, oder? Aus solchen Spielen muss man lernen, vor allem. Man lernt als Goalie eigentlich am meisten, wenn man Fehler macht. Tönt ein wenig komisch, ist aber effektiv so. Wenn man gut gespielt hat, kann man die Leistungen anschauen, man kann die Parade anschauen, man hat ein gutes Gefühl. Aber wenn man Fehler gemacht hat, dann muss man sich zusammenraffen, schauen, was ist falsch gelaufen. Dann muss man auch lernen, damit umzugehen. Wenn man einen Fehler gemacht hat, ist ja der Match nicht fertig. Jetzt ist es mittlerweile noch eine Stunde gegangen. Und aus meiner Sicht hat er das hervorragend gemacht. Es ist nicht einfach, im Goal hineinzustehen, ein Goal überzukommen, das man eigentlich halten müsste. Jeder weiss das. Wir selber weiss das auch. Und es geht noch eine Stunde. Mich hat beeindruckt, dass Jonas die Situation gemeistert hat. Der Match trotzdem noch grössten Teil sauber runtergespielt hat. Und ich denke, für sich auch noch ein bisschen Sicherheit hat gewinnen können. Dann geht es jetzt natürlich in der Nachbetrachtung, das zu analysieren, aber nicht zu lange aufzuhalten an einem Fall. Weil es sind mehr Aktionen gut gewesen, als Aktionen, die nicht gut gewesen waren. Und das Goal geht weiter. Der Match ist vorbei, abhüllen, vorwärts schauen, jetzt kommt Sio. Dort unten hat er ja zu Null gespielt, im Goebb-Halbfinal über 120 Minuten. Also soll ihm ein gutes Gefühl geben. Und dann soll er auch mit dem guten Gefühl ins Goal stehen. Dass der Abhaltner, der nicht Abhaltner im FCL-Goal ablöst, war ein Plan über mehrere Jahre, als er damit verfolgt hat. Wie schaust du auf die Realisation zurück? Ich denke, man könnte auch beim FC Luzern enorm stolz sein, wie die Ablösung von stattgegangen ist. Mich hat Jonas sehr bedacht hingeführt. Er ist dann zwischenzeitlich noch ein Jahr zu Lehmau gegangen, für Persönlichkeitsentwicklung, auch einmal weggerissen worden aus seinem gewohnten Umfeld. Und jetzt hat man gemerkt, als er gekommen ist, dass er wirklich einen riesigen Schritt in der Persönlichkeitsvorwärts gemacht hat. Dass es technisch, Goalie technisch getroffen hat. Das hat man schon immer gewusst. Und die Leistungen von Jonas sind eine Bestätigung, dass man da wirklich einen sehr guten Plan mit ihm hatte. Dass man ihn jetzt so mit mehr die Ablösung hätte umsetzen können, ist natürlich sensationell. Und ich denke, für den FC Luzern ist das wirklich eine coole Sache, wenn man in den letzten 15 Jahren, oder hoffentlich in den kommenden 10-15 Jahren, eigene Goals nachnehmen kann. Kein Geld muss man ausgeben, um Goals irgendwo herholen. Das ist sicher eine sehr glumme Sache. Und ich denke, das macht auch jedem Fan, der das Stadion kommt, Freude, wenn da auch innen Schweizer im Golf des FC Luzern steht. Deine neue Rolle ist schon eine gewisse Zeit. Wie muss man sich das vorstellen? Du gehst ja nicht nur das Akubar und schiffst auf die Bank. Und auch der Trainingsalltag wird sich nicht gross verändert haben. Es hat sich eigentlich überhaupt nicht viel verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, die 90 Minuten im Wochenende, bin ich nicht mehr ich, sondern der Jonas. Das ist das Einzige, was sich verändert hat. Ich fühle mich nach wie vor enorm wichtig in der Mannschaft. Ich bin nach wie vor in jedem Training dabei. Ich gebe auch komplett vollen Einsatz. Weil ich Respekt habe vor der Situation, wenn irgendwann etwas ist, das ich rein muss. Also ich bereite mich gleich professionell vorbereiten. Es ist nicht so, dass ich jetzt eine Grillhöpige organisieren, einen Tag vor dem Match zu Hause überhaupt nicht. Sondern wirklich professionell vorbereiten. Weil ich einfach wirklich grosser Respekt habe vor der Situation, dass ich rein muss. Und dann verlange ich von mir persönlich, aber bin auch schuldig der Mannschaft gegenüber, dass ich dann funktioniere. Und darum möchte ich die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, dass es mir dann auch gelingt, wenn es einmal so ist. Weiter sehe ich den Match nicht mehr von hinten, sondern von der Seite. Das Dirigieren ist nach wie vor noch etwas mehr drin. Aber ich denke, wenn ich der Mannschaft helfen kann mit einem Kommando, ist ja da niemand böse. Du hast Dich über längere Zeit vorbereiten können, dass der Tag X einmal kommt. Ist es so passiert, wie Du eigentlich gedacht hast? Es ist so passiert, vor allem, wie ich es mir gewünscht habe und wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist nicht, dass ich alleine mir das so vorgestellt habe. Sondern es war ein Prozess, der vom ganzen Verein gedreht worden ist. Also angefangen vom Präsidium über den Sportkoordinaten, vom Trainer, vom Goalitrainer und vom Jolas und mehr. Es ist wirklich sensationell abgelaufen, so wie es jetzt war. Und da können wir wirklich stolz sein, dass wir das so umsetzen konnten, wie man es irgendwann einmal auf Papier aufgezeichnet hatte. Kommen wir zurück zu der Meisterschaft. Wir stehen eigentlich von einem Charakterpest. Wir haben noch drei Spiele, die man möglichst positiv beenden möchte. Im Kampf von Europa ist man auch noch dabei. In welcher Form kannst Du Deinen Support leisten? Ich habe natürlich viel Erfahrung. Auch mit Situationen, die nicht immer einfach sind. Nicht zu vergessen für mich die Saison, die wir in die Saison gestartet sind. Wir haben in den zwölf Spielen zwei Punkte gehabt. Das heisst, wir haben zehnmal verloren und zweimal mit achtem Kacke einen Unterschied bekommen. Also mitzugeben, der Mannschaft mitzugeben, dass man genau in der schwierigen Situation noch mehr investieren muss. Noch einfacher spielen. Sich nicht schade sein, auch einmal vielleicht nicht die spielerische Lösung zu suchen, wenn der Ball in der Gefahrenzone ist. Sondern sich nicht schade sein, den Ball auch einfach mal wegzuhauen. Sich nicht schade sein, einmal ein Tackling zu machen oder ein Fouling aufzunehmen. Obwohl man den Zweikampf völlig runterführen könnte. Also es ist ein wenig zurück zu den Basics. Zurück ein wenig zum unkonventionellen Spiel. Weniger schön spielen. Sondern mehr mit Aggressivität. Mehr Kick and Rush, sage ich jetzt einmal. Einfach zurück zum Einfachen auch. Und das wird der Weg sein, den wir jetzt halt die letzten drei Matches machen müssen. Dann möglichst alles investieren, damit wir europäisch ein Wörtchen mitreden können. Und dann gilt es in der Vorbereitung dann wieder die Spielstärke, die in unserer Mannschaft steckt, auch wieder zu trainieren, die Automatismen wiederzuholen. Aber jetzt kurzfristig für die nächsten drei Matches gilt es einfach darum, alles zu unternehmen, um so viele Punkte wie möglich zu machen. Und da ist noch eine Rechnung zu vergleichen. Da steht die Mannschaft an unserer Stelle im Köpfchen an. Ja, ganz genau. Die haben Glück gehabt in diesem Hauptfinale. Sie haben mehr Glück gehabt als wir. Ich finde, wir hätten es verdient gehabt, mit unserer Leistung in der Finale zu ziehen. Jetzt sind sie dort. Sollen sie auch an Auffahrt gehen. Wir nehmen dafür gerne die drei Punkte am Sonntag.